Frohe Weihnachten! Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Team von rentenbescheid24.de wünscht Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und eine besinnliche Zeit. Einfach mal ausruhen und mal nicht an die Rente denken, wenn es geht. Und sollte Sie die Rente dennoch nicht loslassen, dann schauen Sie einfach mal vorbei auf rentenbescheid24.de oder auf unseren YouTube-Kanal. Wir machen zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr eine Videopause, nur für Sie als Information. Wir wünschen Ihnen herzlichst alles Gute zum Weihnachtsfest, Ihr Team von rentenbescheid24.de.